UNS Elle Dauk, wo Overtkomme ist, hat Jesus gesagt zu den Jünger, »Mur will er never auf die andere Seite geh. Und sie haben die Drohplicht dort glasst, und haben ihn mit sich genommen, gerade wie er dort im Boot war, und zwar da all andere Boots bei ihm. Und sie ist ein großer Windsturm aufkomme, und die Welle sind ins Boot neige Blöße, bis sie spost am Ufffüller war. Aber er war hinne im Boot mit dem Kissen am Schlaufe, und sie hann ihn aufgeweckt, und hann gesagt zu ihm, »Meister, gebst du nix Strom, von mir umkomme?« Nur so wacker war, hat der Wind gesunkt, und hat gesagt zu ihm, »Ruhig, sei na still!« Und der Wind hat sich glägt, und sie war everraulich ganz still. Nun hat er gesagt zu ihnen, »Für was weihet der euch? Händ dir kein Glaube?« Und sie war wunderbar vergerstet, und hann zu ihm noch gesagt, »Wer ist es dann, als eben der Wind und der See ihm heihe?« »Hallet« und gehabt«? » , S Beyler » wird erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020